Ja, für die Schützenhalle brauchen wir mehr Holz. So, dann nehmen wir erst das Eisen da. Okay, ich sehe da doch 6 rumhacken, auch gut. Na gut, dann brauche ich später eh einen Heilschrein. Ja, Eisen nehmen. Ja, und für... Ich brauche ja auch noch einen Elenhain. Ja, Eisen nehmen. Ja. Der Eilkarren ist jetzt leer, der Karren ist leer. Ja, den habe ich leer gemacht. Hier wäre keiner gerade. Das heißt, jetzt einen Elenhain bauen. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil. Ich höre rasch wie der Wind. Ja, ich denke. Ist jetzt die Frage, sollte ich gucken, dass ich, ähm, den Meisterbogen schütze? Bald ist es soweit. Die Späher sind zurück. Ihr Heer sammelt sich. Ja, keine so gute Nachricht, also können wir... Ein Runenkrieger. Von eurer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Der Krieg hier zurück. Und mit ihm seine Ausgeburten. Nehmt es mir nicht übel. Alter Hass brennt lange. Sprecht mit Lord Jonier in der Stadt. Schätze, er kann eure Hilfe gut gebrauchen. Wir alle können das wohl. Ja, Lord Jonier schickt mich zu eurer Entlastung. Sehr gut. Wir brauchen Schützen auf den Felsenkämmen. Bringt jeden Mann, den ihr habt, dort oben rechts und links entlang des Passes in Stellung. Meine Leute werden versuchen, den Durchgang so lange wie möglich zu halten. Unsere Späher berichten von drei anrückenden Wellen. Vor allem Nahkämpfer. Sie dürfen hier nicht durchbrechen. Sie sind erbarmungslos. Alles, was lebt, ist ihr Feind. Keiner von ihnen wird diesen Pass durchqueren. Gut. Bringt eure Schützen in Position. Wünscht uns Glück. Wir werden es brauchen. Das werden wir ja... sagen wir vorüber. Ja, okay. Das heißt, wir postieren uns auch schon mal hier oben. Haben jetzt genug Holz für die Schützenhalle. Meine heilige Pflicht. Mit der können wir da einen Windschützen ausbilden. Wir hätten sogar schon ein bisschen Nenia für Heilerinnen. Ah, und hier sind Felsenspinnen auch. Und ja, ich werde erst mal... So, welche ausbilden oder werde ich auf das Holz warten, was ich brauche, um sie zu verbessern? Das Bauwerk ist vollendet. Ich werde auf das Holz warten, weil es ist nicht so viel. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Die Rune unterwegs. So, ihr werdet beim Holzen weiterhelfen. Mein Bogen für die Rune. Los, Schwestern! Wenn wir so... Und wenn ein H wes기가 besser... Er geht. Ich habe das Leben ein... Ich habe nur ein Problem. Ich bin aber von- Ich werde mich bei einer Barbara Schwestern Cutter enfantsскийüücü- und ichammed ich dir von einer Barbara Schwestern gemelt. Er радot mir Nem science so nightgut. 束 Er hat ja sieilt. Ich macheinizi euch überhalten. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil! So, bilden wir nach und nach noch Windschützinnen aus. Ja, ich glaube die fünf, die ich jetzt... Ich kann sie bereits hören! Sie sind nah! Okay, da kommt der erste Angriff. Was soll ich tun? Da sind sie! Elend! Schilder, da stehen uns bei! Schnell wie ein Pfeil! Was soll ich tun? Los, Schwestern! Wohin soll ich gehen? Elends Segen! Seid auf der Hut! Was ist leider nicht, gibt es ein Stellung-Kalb im Befehl. So. Ich höre! Na, noch sieht's besser für uns aus. Komm, Verstärkungstruppen, wir brauchen euch hier langsam mal. Elend Segen in Windeseile! Mein Boden für die Rune! Was soll ich tun? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Feuerkraft da oben. Das war die erste Welle! Schöpft neue Kraft! Sie werden bald wiederkommen! Mein Burgen für die Rune! Seid auf der Hut! Was soll ich tun? Los, Schwestern! Befehlt! In Windeseile! Elend Schnell wie ein Pfeil! Mein Burgen für die Rune! Elend Schnell wie ein Pfeil! Okay, warum auch immer sie jetzt gegen Hitler kämpfen müssen. Rasch wie der Wind! Ich höre! Los, Schwestern! Mein Burgen für die Rune! Vorwärts, Schwestern! Elend Segen! Seid auf der Hut! Elend Schnell wie ein Pfeil! Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil! Elend Segen! Seid auf der Hut! Hab ich schon eine Heilerin verloren? Nein. Zur Stelle! Rasch! So, ihr könnt mir mal... Elend Segen! Weit auf der Hut! Mittleres Haupthaus dann erreicht. Mein Burgen für die Rune! Befehlt! Los, Schwestern! Elend Segen! Ich höre! Los, Schwestern! Los, Schwestern! Wir sind in Gefahr! Die Schütte weit unten. Befehlt! Befehlt! Vorwärts, Schwestern! Es sind zu viele! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Was soll ich tun? Los, Schwestern! Los, Schwestern! Los, Schwestern! Wohin soll ich gehen? In Windeseile! Elend Segen! Schnell wie ein Pfeil! Da sind sie wieder! Haltet durch! So, euch wollte ich ein mittleres Haupthaus bauen lassen. Also, ja, Beeren sind schon mal Mangelware. Deswegen werden wir jetzt dann. Sobald das kleine Haupthaus steht, noch eine Waffenkammer und dann Meister ich. Was ist euer Begehren? Eure Ahrens! befehlt so noch eine waffenkammer erst mal bauen hier war ruhig unten hinbauen hier haben wir ja auch noch etwas platz was ihr wollt dann auch noch ein elenhain hier unten hinbauen meine heilige pflicht und dann den meisterjäger sprecht oh da kommt die welle das bauwerk ist vollendet so sei es